Ja, ha, ha, ha! Es geht doch nichts über ein schönes, sauberes Fass, außer vielleicht eine Fußmassage. Oh, ja, das wär toll. Egal, viel Spaß mit dem Upgrade, wenn wir einen neuen M kochen. Also, dieser Brill Cream ist ein Spehexperte und Truppenführer. Er und seine alte Truppe sind bei der Overcharge-Party in der Parade mitmarschiert. Sind wohl alle ins japanische Museum gejagt worden. Was meinst du mit alter Truppe? Das sind keine kleinen Kinder, die Marshmallows rösten und Knoten machen. Sie sind älter und konzentrieren sich auf nützliche Fertigkeiten. Freiwilligen Arbeit, Naturschutz und so eine Scheiße. Also quasi das Gegenteil von mir. Hey, das hast du gesagt, nicht ich. Aber natürlich ist das das Gegenteil von uns. Scheiß auf das Toilettenpapier. Ich will zur nächsten Mission und hier ist ein riesiges, fettes Ding. Auch drauf geschissen. Ich kann hier nicht alles töten. Auch wenn ich's gerne tun würde. Und hier ran, über die Brücke. Zack. Nochmal mit nem Boost hier. Alles klar, dich töte ich. Aber nur, weil ich so ein netter Kerl bin. Oh, was ist da hinten denn schon wieder los? Alles klar, Moment, Moment, Moment. Da muss ich mich mal ganz schnell einmischen. Und zwar mit dem Dude. Boah, der haut so geil rein, oder? Ja, schon Killer. Bam. Dagegen kannst du gar nix machen. Und erledigt. Die riesige Mama einfach zerstückelt, ohne Probleme. Normalerweise sollten die anderen jetzt Panik bekommen und wegrennen. Okay, machen wir einen Abflug. Ab und an muss man eben auch so fette Kreaturen töten. Das sind eben die Pflichten eines Heldens. Und die Musik ist mal wieder perfekt für mich. Der Weg ist ziemlich weit. Vielleicht doch lieber mal die Schnellreise verwenden in Zukunft. Aber ich renne hier so gerne rum. Ich schaue mir so gerne die Gegend an. Und hier waren wir ja noch nie. Das ist neues Gebiet. Oh nein, der die Schreihälzer. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele hinter mir sind. Alles klar, Jungs und Mädels. Wärt hier mal lieber weggeblieben. Wow, 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 wow. Ganz schön gefährlich. Oh Gott. Okay, die können mir nix. Gut, sehr gut. Mal in so ein Ding reinrennen. Tödlich. Naja, wir haben einen brennenden Hammer und das hier ist eine Papiertür mit Holz. Normalerweise könnte ich auch einfach dagegen hauen und schon... Und schon, der ist erledigt. Wie bist du hier reingekommen? Ich suche einen Typen namens Brillcreme. Truppenführer Brillcreme ist... verschwunst. Vielleicht kann ich ja bei der Suche helfen. Vielleicht lasse ich dich ja sogar am Leben. Ziemlicher Arsch, was? Hochverrat! Nehmt Frau Kim fest und werft sie aus der Truppe! Schill mal, Mussolini. Ich bin der Truppenführer und das ist meine Truppe! Oh Mann. Sagst du mir jetzt, wo ich Brillcreme finde oder nicht? Du willst Brillcreme finden? Dann musst du tun, was ich sage. Okay, jetzt wird's peinlich. Na gut, was willst du? Norton. Meine Truppe hat versucht, Brillcreme über Funk zu orten, aber die hören nur das hier. Ärzte empfehlen eine tägliche Menge von 17 Dosen Overcharge und... Die Funkstation befindet sich hier. Wenn du alle drei Transmitter am Funkturm zerstörst, steigen unsere Chancen, Truppenführer Brillcreme zu finden. Also, könntest du das für uns tun? Na sicher. Bin gleich zurück. Was für ein schwuler Pässer. Und die Kleine hätte ich nicht rausgeworfen. Frauen kann man doch auch nie genug haben, wenn man eine Apokalypse hat, oder? Was ist das? Was habe ich hier? Einen neuen Luftsatz. Ah, sehr cool. Eine neue Fähigkeit, die endlich mal Sinn ergibt. Alles klar, gut. Und ich muss hier unten ein bisschen aufräumen. Und zwar wieder hier mit meiner guten alten Bowlingkugel of Doom. Boom. Sexy. Bam. Endlich ein Level up. Und weggeholt. Das war eh benommen. Und jetzt explodiert, verdammt noch eins. Dankeschön. So, nachdem wir hier eine weitere gute Tat gemacht haben, können wir zu der Story-Mission hinfahren. In der anderen Richtung. Was ich natürlich wusste. Spitz. Boah, wenn ich ihn jetzt noch zweimal einsetzen konnte oder so, dann wäre es richtig gut. Okay, da hinten sehe ich diesen riesigen Turm. Wie konnte ich den übersehen? Der fällt mir zum ersten Mal auf. Und dass mir auch noch so ein bisschen fehlt, ist Klettern. Ich meine, ohne Klettern ist alles ziemlich schwierig. Oh, wie komme ich hier nach oben? Wahrscheinlich hier hin. Oh, Kakao! Warum kommen die jetzt? No, 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 no. Und lass die Finger von mir. Lass die Finger von mir. Ich brauche Dirty Harry. Gegen solche Typen brauchst du immer Dirty Harry. Alles klar, kein Problem. Auch nicht schlimmer als die anderen. Aber die anderen stehen hier drüben. Das könnte ein Problem sein. Finden wir es raus. Okay, 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 okay. Überredet. Wir säubern hier das Gebiet. Alles klar, sehr gut. Heilung. Irgendwo Heilung hier in der Nähe. Halt die Klappe! Verdammt noch eins! Ziemlich cooler Scheiß! Alles klar, jetzt kommen sie. Moment, ich brauche hier einen guten Sprung. Super Charge! Ladies, wo geht's hin? Nach oben! Weniger hässlich! Was nennt ihr das hier? Schön! Okay, Samurai-Bot! Tja, mit Overcharge hätte man natürlich wirklich alles an einem Tag erbauen können. Okay, noch habe ich Munition. Noch kann ich euch aufs Maul geben. Wunderd! Spüle deine Sohn weg mit Overcharge! Das Ganze hier nimmt mal wieder kein Ende. Okay, ich muss hier nach oben. Und! Yes! Aber erstmal hier diese Freaks wegholen. Okay, wie komme ich weiter nach oben? Dirty Harry! Oh Gott! Moment, ich habe eine dicke Mama im Nacken. What? Die ist tot! Oder? Ah, die wurde erschlagen! Das ist ja cool! Wo ist der letzte Spucker? Hier oben. Also die Heilung nehme ich mir noch mit. Und dann wird es Zeit, dass wir uns verziehen. Und... Nix wie... Raus hier! Hey, ich bin's! Fizzy! Unerlaubnis betreten und das Zerstören von Eigentum ist ein schweres Verbrechen! Dafür stirbst du Arschloch! Ein riesiger Valor greift mich an! Fuck, nein! Okay, Fizzy! Wie kann ich ihn töten? Nein! Kann ich nicht! Okay, warte mal, warte mal! Und... Cranken! Alles klar! Wie kann ich das gute Stück hier drüben zerlegen? Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Was ist jetzt los? Ah, die Augen! Die Augen! Die Augen! Na klar! Die Augen! Er hat Schaden genommen. Er hat definitiv Schaden genommen. Whoa! Fuck! Alter, was ist das hier für eine Achterbahn? Will ich verdammt sau! Crazy Shit mal wieder! Wir sehen uns unten, Kumpel! Woo! Hoho! No! Geht so! Ah, die Satelliten sind wohl die Antwort. Bouncen! Ach, da unten steht's ja auch. Ich bin immer so am Cranken und rumspringen, dass ich immer das Lesen vergesse. Weiß nicht. Sagst du's mir. Oh nein, Ballons! Tödliche Ballons! Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Geiler Spruch, Mann. Geiler Spruch. Du bist der Wahnsinn, Kumpel. Du bist der Wahnsinn. Alles klar, hier muss ich raus. Und bam! Aus irgendeinem Grund habe ich sowas schon öfters gehört. Wo, 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 wo. Jetzt aber hier. Fortschritte. Habe ich ihn? Heilige Muttergottes Der ballert ja wirklich alles auf mich Ah Mann, ich muss hier raus Alles klar, er ist irgendwo da oben Gut, hier hin und dann habe ich ihn wohl Komm schon Ich kann nicht, Two Hats Ja, ich kann nicht Yes, Mann zerlegt Was für ein Brocken Ich wette, der hier will ihn gar nicht finden Oh, vielleicht die Lady, die wir eben gerade befreit haben Die weiß bestimmt mehr, wo der Anführer wirklich steckt Sie ist fertig gemacht